John McNamara erklärt Hier im Zentrum von Blarney wurde uns vor viereinhalb Jahren eine Miltec Ballenpresse zur Probe angeboten. Innerhalb weniger Tage waren wir überzeugt, dass diese Maschine genau das Richtige war und wir nutzen sie seither erfolgreich. Die Maschine arbeitet sehr wirtschaftlich und durch die reduzierten Entsorgungsgebühren hat sich die Investition sehr schnell rentiert. Insbesondere hervorzuheben sind Kundendienst und Ersatzteilservice. Seit wir die Maschine haben, mussten wir nie länger als 24 Stunden auf fehlende Ersatzteile bzw. den Kundendienst warten, sodass wir insgesamt gesehen sehr zufrieden sind. Frank O'Connor erklärt Diese Maschine wurde angeschafft, weil sie kompakt, betriebssicher und bedienungsfreundlich ist und außerdem nur wenig Platz in einem kleinen Laden beansprucht. Wir brauchen die Kartons nicht mehr zu zerreißen, weil sie von der Maschine zerdrückt werden. Die kompakten Ballen aus Karton können problemlos entsorgt werden, außerdem haben wir stets ein aufgeräumtes Lager. Was W W W W W W War W